Wenn ich links ein bisschen renne, wenn ich rechts ein bisschen rechts, wenn ich nichts sage, einfach so mehr oder weniger geradeaus. Jetzt sind wir gerade hier. Ja, also ziemlich gerade, aber hier direkt richtig sehen. Und wenn irgendetwas nicht so ist, wie es nicht sein, sage ich Stopp. Dann einfach anhalten. Genau, dann bleiben wir einfach stark und fallen nicht um. Alles klar? Wir haben noch ein bisschen mehr Wind an Bord. Wir haben jetzt schon eigentlich ein bisschen, aber vielleicht kommt noch ein bisschen. So soll es sein. 3, 2, 1, GO! Oh, wir kommen! Wir kommen jetzt noch mal an. Wir kommen jetzt noch mal an. Wir kommen jetzt noch mal an. Ja, jetzt piept es So tief gesinkt Der Tod stand hier runter und wenn es piep piep Wo war es nicht, dass es so hoch ist und dann würde ich jetzt steigen Jetzt sind es einfach gesinkt Stapfel am drüben Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Okay. Die sind hier. Oh, der ist jetzt ein bisschen zufrieden. Hier geht es gut. So, das ist schon gut. So soll es sein. Jetzt haben wir ein Stier, jetzt gehen wir mal nachts. Links oben da ist ja auch der Land. Aber da sind wir gerade nützt es uns nicht. Da ist schon wir ein Stier. Es ist ein Stier, das Spiel. Ein Stier. Das ist eine Stier, die Grippe ist. Und dann? Ja, was ist denn? Ja, vielleicht Wie hat man die Selten denn? Ja. Da kann man nicht sagen, du kannst einfach mal ausbrechen, nach Hause fliegen Wir haben was gewonnen Im Oberstein ist letztendlich da ist es ein wenig inlaufen gegangen Ja Da habe ich auch nicht gedacht Ja, jetzt hat es schon wieder Ja Was ist das denn? Nee, okay Der andere ist wirklich da gelandet Der andere ist wirklich da gelandet Ja, vielleicht sagen wir Ja So, da ist ein Baum in den Flug Haha, da ist der im Baum Ja, da ist der im Baum Da ist der im Baum Ja. Ja, da ist ein Baum Ja, da ist ein Baum J25, ich glaube, Einfach klar dünn und irgendwann hat das Papier eigentlich ein grosses Dünn. Aber was wäre gesagt, dass wir nicht mehr dünn sind. Das habe ich sonst gesagt, dass wir heute die Interpolten sind. Ist es gut? Ja, das kann gut funktionieren. Ist es gut? Ist es gut? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Jetzt ist es schlecht. Ich gehe ja nach rechts. Ja, ich mache die tiefe Kreise. Ganz gespeichert. Wie ist es? Jetzt haben wir noch etwas geäußert. Es ist sooo spannend. Wir sehen natürlich da viel Jumbo-Chic. Weisst du, gegen jemanden hat geschisst, aber im Sommer war gerade etwas zu sehen. Wir gehen jetzt einfach etwas an. Wir hören es jetzt wieder auf. Wir spüren, wir sinken. Und wir haben jetzt noch ein grosses Befall. Juna! Wie ist eigentlich das? Wir schauen uns an. Wir sehen uns noch einiges mal. Wir müssen von oben belaufen. Wir schauen uns an. Ich gehe hier. Wir Wir sehen uns an. Wir sehen uns an. Wir sehen uns an. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen auf die Seehäuser. Dann können wir diese der Bandsprojekte finden. Dann müssen wir da ausquartierte Wäge jetzt gerade da unten machen. Also da, jetzt oder? Hatte ich schon da unten? Also da unten. Also da unten. Ah, ja. Die Heuslechtes, du hast es gerade unten. Ich weiß nicht, was ich noch nicht? Nur zu steigen. In dem Fall zähle ich es nicht mehr im Bauch. Nur um kurz vor der Landung. Ich sage es dir nochmal, kannst du dich aufrichten. So, ich tue ein paar Meter schnell. Wir werden am Anfang relativ zügig auf den Landenplatz kommen. Dann bin ich jetzt einfach mit dem Landau-Sahler. Das ist ein kleines Gemütze. Landen. Das ist ein kleines Gemütze. 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 So. Die muss ich mit auf dieser Seite durch. Genau so. Tiptop. Und da sind noch eine. Genau, die muss ich auch drüber. Sonst haben wir noch ein Pupp. Mach den Kabel aus. Ja, Dominik. Hey. Cool gewesen. Ein bisschen kurz, aber cool.